moin liebe angelfreunde und herzlich willkommen zur heutigen session ja es geht heute mal wieder auf großes gerät wir hatten das ja schon einmal getestet mit der ganz großen route mit dem ganz schweren gewicht heute sind wir unterwegs auf blaues equipment heißt wir gehen auf krieger fish hunter 1002 in blau der ganze ist mit einem standard haken 8 0 ausgestattet das ganze wird auf 10 0 noch mal erweitert per zusatz haken einer blauen rassel einem blauen squid den ich persönlich schon häufiger mal testen wollte wozu ich aber noch nicht kam aus neugier ob vielleicht in der ein oder andere high sich meldet weil er einfach bock drauf hat hier mal ein kleines makrelenfilet dran ansonsten auch hier durchweg blaue köder auf 10 nuller haken der squid zieht sich hier durch 2304 einmal komplett und dann immer mal abwechslungs halber hier mit fluoreszierender pinkfarbener und orangefarbener perle das ganze werden wir zu wasser lassen auf 80 metern das sind gleich zwei dinge die ich schon immer mal gerne wieder machen wollte das erste ist einfach mein persönliches kleines hype moment auf den 80 meter wieder auskosten weil ich damals als ich zum ersten mal hier so richtig aktiv geangelt habe einfach das gefühl hatte mir gefällt der spot hier möchte ich gerne häufiger mal sein plus dann jetzt auch mal diese ganze blaue köder kombi nicht fluoreszierend nicht pink nein blau und in diesem zusammenhang lasst uns starten ab dem ersten bis gehen wir eine stunde gemütlich hier starten ich werde natürlich noch meinen drill timer zur hand nehmen falls hier was größeres passiert und hier haben wir auch schon direkt einen einstieg in der absinkphase hat also gar nicht mal lange gedauert die ersten 20 meter waren schon direkt ja reiche aktionszone was haben wir denn da direkt mein köhler zum einstieg jawohl also der geht auf was der geht auf squid und zwar wenn wir jetzt mal gerade gucken den verschleiß 0 prozent hier 1,1 was für ein fisch direkt 1,1 prozent ich habe die neue gekauft deswegen aber blau fluoreszierend scheint es hier gerade gewesen zu sein na gut wir warten es mal ab ist ja hoffentlich noch das potenzial dass er auch mal unten ankommt so ein bisschen abwechslung mal so mal so mal von weiter oben der bis mal ganz unten das wäre auf jeden fall schön so ein durchwachsenes bild des ganzen hier mal zu haben einfach für euch dann auch um zu wissen ist das jetzt wieder was nur ihr seid ein köder test ganz klassisch nicht beifänger frei diesmal wir haben ganz klar den tannenbaum dran mit lauter blauen sachen ist irgendwie auch so ein bisschen komisch hier bei 80 metern hatte ich hin und wieder mal blauen seewolf vielleicht war das so ein unterschwelliger hinweis an mich selber macht das doch mal so ihr habt auf jeden fall direkt der biss stattgefunden als der köder gerade unten angekommen ist na dann munteres hoch kurbeln würde ich mal sagen bisher habe ich das gefühl hier ist die frequenz schon mal nicht tot das heißt hier ist er gerade auf grund angekommen der köder eben in der absinkphase auf 20 meter könnte spannend werden mal gucken ist doch ein interessanter bis ich könnte ihn wieder nicht zuordnen da wir hier relativ schweres equipment fahren schwer zu sagen wie viel das jetzt ausmacht hier vielleicht zehn kilo wenn ich raten müsste mal gucken so weit haben wir den da aber hier kabel ja ja da kommt ein kabel ja auch aus mit zwölf kilo sie ist doch über zehn aber hat man so gar nicht auf dem schirm gehabt hat man gar nicht erst gemerkt so richtig 1,1 1,5 hier direkt 1,5 prozent zack auf pink und blau diesmal jetzt so am anfang wenn man sich gerade erst das zeug ausgestattet hat dann lässt sich das noch relativ gut nachvollziehen wo die bisher drauf erfolgt sind aber blaue squids scheinen zumindest mal das interesse bestimmter fische zu wecken das ist ja schon mal zumindest beruhigend dass ich sagen kann okay da bist jetzt nicht mit kompletten murks losgezogen vielleicht habt ihr ja auch schon häufiger mit blauen squids gearbeitet und könnt mir hier so ein kleines feedback in den kommentaren geben das würde mich auf jeden fall interessieren wer da schon erfahrungen mit gemacht hat egal ob positiv oder negativ ich bin gerne offen für beide informationsquellen genau ja also ist schon mal zumindest nicht nicht unbevölkert hier ist schon mal fisch vorhanden eben kam der bis direkt bei grundberührung das hätten wir jetzt hiermit erreicht soweit ich das beurteilen kann ist jetzt gerade nichts am einsteigen ergo fangen wir mal an hier mit bewegung ich glaube ich bin schon zu weit unten kann sein dass hier gleich dick steht ja müssen wir noch mal ein bisschen hoch kurbeln also ich stehe jetzt schon ein weilchen hier und es bleibt festzuhalten dass das pilken an sich zwar vernünftig funktioniert aber hier noch nicht so wirklich was angezogen hat manchmal vielleicht auch einfach der hinweis macht mal den schnuffhangbügel auf und vielleicht beißt ja dann was in der sinkmomentphase in dem fall ist es einfach nur absinken gut wie man so schön sagt back to the roots und da haben wir bis auf 60 metern immerhin nicht sehr stark zwar aber es ist ein einstieg mittendrin gucken wir gleich mal ich tippe drei kilo köhler das ist pessimistisch geschätzt zugegeben aber auch gleichzeitig eher so ein versuch ins realistische mit über zu schwenken weil die nun mal einfach auch in der sinkphase beißen der bis ist nicht besonders stark es könnte ein guter passabler wittling sein möglicherweise aber ich denke eher an köhler also sag mal an was bist du 15 meter 10 meter fünf meter einfach weder das eine noch das andere wir nehmen einfach mal 5,5 kilo dornhai und liebe leute damit bin ich auch einverstanden das sieht nach einer guten größe aus die auf 60 meter in der sinkphase das ist eine schöne satte größe egal wie der kescher weiterhin aussieht dieser fisch wird auf jeden fall einen nicht unerheblichen teil des ganzen hier mit finanzieren dieser stunde die wir uns hier aufhalten werden viertelstunde fünf fische einer alle drei minuten genau wer trend setzen möchte der muss viel testen so ist das aber immerhin schöne fische sind schon mal dabei kabeljau ist dabei der lump der obligatorische ist dabei ein schöner satter dornhai ja ok nächster ihr wisst ja wie es läuft nur sobald das teil hier sich schwer macht müssen was in den drilltimer aufnehmen da waren kurz ein zwei ausschläge mit dabei ich weiß jetzt nicht was das zu bedeuten hat ob das wieder richtung kabeljau geht vielleicht diesmal mit mitte 20 kilo reicht auf jeden fall noch um ihn gemütlich hoch zu kurbeln den fisch ja guck mal geht aber schon hoch der balken geht hoch geht hoch geht hoch geht hoch interessant oha da ist aber was größeres diesmal dran glaube ich schaffe ich aber immer noch gut hoch zu kurbeln geht alles noch klar soweit aber schaut mal der kann sich schon gut schwer machen hier der fisch ich weiß nicht was dranhängt aber es ist interessant das zu beobachten da auch wieder geht wieder hoch geht wieder hoch geht wieder hoch schon irgendwas zäheres diesmal wieder dran oja guck mal hier oja ich kann ich kann die route nicht mehr bewegen leute was hängt denn da dran da hat sich aber irgendwas richtig schwer gerade gemacht na das ist doch mal interessant da bin ich mal gespannt was wir hier haben So, die letzten 10 Meter sind angebrochen Er ist fast oben, wir gucken uns das gerade mal an Können wir denn schon was erkennen? Da kommt auf jeden Fall etwas Größeres Gut möglich, dass das wieder ein Kabeljau ist Dann hat er aber definitiv Er ist ein Kabeljau Er hat aber definitiv über 20 Kilo Hallöchen Kabeljau, wie viel hast du denn? 40 Boah, das ist eine satte Größe 40 Kilo Kabeljau in 3 Minuten 50 Sekunden Ah jo Den kann man schon mal mitnehmen auf jeden Fall Da hat man aber auch nicht wirklich Gegenwehr gespürt Das war einfach nur ein Druck auf der Leitung Und danach wieder Abfahrt Danach ging es weiter mit dem Hochkurbeln Also Kabeljau ist definitiv hier vertreten Auf der 80 Meter Schiene Geht hier auf blaue Köder In dem Fall wieder der Squid Hier war es auch der Squid Also die mögen die blauen Squids offenbar sehr gerne Hier an der Stelle Kann man auf jeden Fall mal mitnehmen Wenn die schon einsteigen Und wie gesagt 40 Kilo ist jetzt keine schlechte Größe Zudem Das macht natürlich dann interessante Vorfreude auf die Verkaufszahlen später Man muss aber auch fairerweise dazu sagen Es ist schon ein bisschen ruhig hier gewesen Zwischendurch Und jetzt gerade sieben Fische auf eine halbe Stunde Also da ist natürlich auch immer ein bisschen Leerlauf mit dabei Bisherige Empfehlung meinerseits Geht auf die 80 Meter Grundnähe und bleibt da erstmal Die Mitte hat sich so gar nicht herausgestellt Die 70 Meter hat einen kurzen Biss, der wieder ab war Schwierig, schwierig Knapp unter der Oberfläche bis 20-30 Meter habe ich jetzt noch nicht ausprobiert Ehrlich gesagt, ich würde heute jetzt mal davon absehen Und einfach aufgrund weiterhin bleiben Und nochmal zu schauen, was da eventuell noch so geht So für die letzte halbe Stunde Beziehungsweise vielleicht machen wir ein bisschen länger Ich kann es noch nicht genau absehen Im Zweifelsfalle machen wir die glatte Stunde Und schauen uns das Ergebnis danach an Normalerweise würde ich sagen Wenn es jetzt ein bisschen mehr Frequenz hätte Dann auf jeden Fall auch länger als eine Stunde Hier in dem Fall Aber warten wir erstmal ab Ich glaube, wenn ich das so richtig einschätze Hat auf Krieger Fischhunter mit Makrelenfilet bisher noch so gar nichts gebissen Das scheint so aktuell unser Anker zu sein Nicht wirklich was dran Aber sinken hilft es So 10 Meter noch Was haben wir denn hier? Sag mal her Da kommt ein gestreifter Seewolf mit 2,6 Kilo Auch die sind natürlich hier unten Ob und inwiefern da die Rassel jetzt wieder einen Beitrag geleistet hat Das lassen wir mal offen Auf jeden Fall auch hier wieder Der Einstieg auf Oktopus Da guckt euch das an Die ganze Arbeit für 5,1 Kilo Lump Also ist das Der ist sogar auf den Hunter gegangen Seht ihr mal Genauso wie der hier Also Lump scheint sich dem Hunter zu nähern Alles andere bleibt bei Natural Squid Interessant übrigens Auf Grund nimmt der Lump den Hunter Während alle anderen Fische sich auf die Beifänger stürzen Dann guck mal wieder ein Fisch Der sich dachte ich beiß da mal vorsichtig an und gucke mal was passiert Aha Ein tiefen Rotbarsch mit 2 Kilo Das ist natürlich ein schöner Sowas macht natürlich Lust auf mehr Wunderbar War jetzt auch ehrlich gesagt nicht so unbedingt der Fisch mit dem ich hier gerechnet hatte Auch wieder auf blauen Squid Das mitten in der Nacht und auf Grundnähe Ja warum nicht Hält die ganze Sache spannend Und den Hunter neugierig Oh Ja 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 Okay alles klar Da müssen wir wieder mit Mit Übersetzung arbeiten Mit Timer arbeiten Das könnte vielleicht mal was interessantes jetzt sein Müssen wir uns mal anschauen Oh ja sehr schön Oh ja Schön Gegenwehr aufbauen Schön Gewicht Gegen Gewicht Ja 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 Oh ja Oh ja Herrschaften Das ist spannend Ich hoffe der Fisch bleibt diesmal wenigstens dran Nicht wieder in Ausschlitze Wie beim letzten Mal So was haben wir denn hier 15 Meter sind es noch Also irgendwas mit ein bisschen Widerstand hängt dran Das sieht nach Hai aus Oder Bist du Ne Grönland Hai Doch Da hängt ein Grönland Hai Wie da der Angel Sehr schön Ach Mensch ich mag solche Überraschungen Na dann mal her mit dir Komm her Wie viel hast du mein Freund 51 Kilo Na den nehme ich doch mit Sehr schön Auch wieder kein Chatmaß Aber das macht nichts In diesem Kescher wird er auf jeden Fall ein bisschen was einbringen Zusammen hier mit unserem 40 Kilo Kabeljau So Abschlussfisch ist nochmal ein knapp 8 Kilogramm schwerer Atlantischer Kabeljau Gut wunderbar damit würde ich sagen haben wir die Stunde voll gemacht Gehen wir mal zurück und schauen was wir für unsere 14 Fische hier bekommen können Bis gleich So zurück im Hafen Heute bei Regenwetter So ungefähr fühlte sich aber auch heute die Tour bei mir an Um ehrlich zu sein Ein Fisch alle 4 Minuten Roundabout ist jetzt leider nicht so effizient Aber wenn man mal reinguckt Also Grönland Hai und Kabeljau mit 40 Kilo Sehr sehr cool Auch sonst Kabeljau vertreten Hier immer wieder ist welcher dabei rumgekommen Der Tiefenrotbarsch Sicherlich ein sehr schöner Fisch Und 5,5 Kilo Dornhai nicht zu vergessen Dazu noch so ein bisschen Lump hier hin und wieder Also schauen wir es uns an Denkt an die Kaffeeaufträge Wir gehen in den Direktverkauf Gucken uns den Preis dabei an Und stellen fest Jupp Wir haben hier Grönland Hai 227 Silber für 51 Kilo Der Dornhai 112 für seine 5,5 Kabeljau 101 Silber für 40 Kilo Und danach geht es schon wieder weiter mit unter 50 Hier für die 18 Kilo 38 Silber für die 2 Kilo Vom Rotbarsch Jo Und Was ich gerade auch sehe Anscheinend haben sie auch die Oder anscheinend hat es sich so ergeben Dass der Lump mittlerweile auch größer sein muss Damit er seine 20 Silber einbringt Ursprünglich waren es mal 5,5 Kilo Bei 5 Kilo kommst du hier mit 14 ungefähr rum Hier bei 7,2 hast du knapp die 20 Da fällt mir auf jeden Fall auf Hat der Lump auf jeden Fall ein bisschen an Wert verloren Im Vergleich zu früher Das kann ich zumindest schon mal sagen Aber ich freue mich über die Haie Wir gucken mal in einer Stunde Kommen wir hier auf 661 Silber Auf der 80 Meter Mit blauen Squids und blauem Kriegerfisch Hunter 1000 Auf dickem Equipment Ich würde mal sagen Ganz vorsichtig Kann man mal mitnehmen Ich persönlich empfehle es mal zu testen Allerdings Allerdings Wird es nicht mein Favorite sein Einfach weil die Wartezeiten Zwischendurch doch sehr sehr langatmig sind Und sind wir mal ehrlich Wäre uns hier nicht kurz vor Schluss Noch der Grönlandhai eingestiegen 433 mit Beifängern Ist leider wirklich nicht so ergiebig Also da habe ich jetzt in der letzten Folge Die wir gedreht hatten Da waren wir ja irgendwie bei 405 Silber Oder so rausgekommen Da waren wir nur mit einem Jigmeister Auf der 34 unterwegs Also ihr seht schon Da kann auf jeden Fall Wenn das hier jetzt mit dem Grönlandteil Nicht geklappt hätte Das wäre auf jeden Fall etwas mager geworden Wir haben jetzt hier in dem Fall Glück gehabt Deswegen sage ich da auch nichts zu Und sage es so in Ordnung Testet es mal aus Gebt mir Feedback Was sagt ihr zur blauen Köder Konstellation Testet sie auch gerne mal in anderen Spots Würde mich interessieren Wie ihr da abschneidet Und dann Ja Hören wir uns beim nächsten Video wieder Ich bedanke mich Bis zum nächsten Mal Keep rockin' Bis zum nächsten Mal